Hallo Leute, heute habe ich für euch ein Outfit of the Day, was ein bisschen sportlicher ist. Und zwar habe ich da einfach so dieses doppellagige gemacht mit einem schlichten orangenen Top, habe ich von American Eagle und einem braunen, was etwas weiter ist und hier diesen kleinen Ausschnitt hat, darüber, damit man das auch sehen kann, die beiden Schichten lagen und das ist auch von American Eagle. Aber solche Tops kann man auch bei H&M bekommen und C&A, eigentlich überall kann man diese Art Tops bekommen. Um es ein bisschen aufzupappen, habe ich dazu dann so eine lange silberne Kette mit einem kleinen Herz und einem Schlüssel dazu angezogen. So, und da drüber habe ich ein Cardigan von Vero Moda. Und dann einfach eine ganz normale Jeans, habe ich dazu angezogen. Also eigentlich im Moment ist es sogar warm genug, einfach so damit rauszugehen. Aber wenn ich jetzt, wenn es etwas kälter wäre, was es ja in den nächsten Tagen sein wird, dann wird das Ganze so aussehen. So, und zwar habe ich da wieder die Lederjacke genommen. Ja. Tada! Ganz schnell mein kleines, eher sportliches Outfit. Und noch zu meinem Gesicht. Da habe ich von meiner Schwester so kleine Stecker bekommen mit so kleinen Steinchen. Also weiß ich auch gar nicht genau, wieher das kommt, aber ich fand, das hat ganz gut zu der Kette gepasst. Silber-Silber. Ja. Und geschminkt habe ich mich eigentlich ganz dezent auf den Augen nur Mascara und ein bisschen Rouge aufgetragen. Also, ja, Sportlichkeit sollte nicht zu viel sein. Und ein bisschen Lippenstift, kann ich euch auch zeigen welchen. Das ist der von Rimmel in meinem ersten Video, was ich jemals gemacht habe. Die 50 Have Fun habe ich darauf mit ein bisschen Lipgloss verbunden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss!